Ein trauriges Schicksal trennte sie früh von ihrem Vater. Die Liebe zum Papa, die aufgehört. Nein, nein, nein. Ich glaube nicht, dass er mich vergessen hat. Ein guter Hinweis führt Julia ins sonnige Spanien. Damit bin ich mit meiner Suche am Ende einer Sackdasse angelangt. Jetzt ist Julia spürselig gefragt. Ich habe einen Tipp bekommen, dass er vielleicht hier gelebt hat. Julia Leischek sucht. Bitte melde dich. Am Sonntag um 18.55 Uhr in Sat.1.